Mein Name ist Andreas Vogel. Ich bin DJ, Barbetreiber, mache auch noch so Theater und im Moment ist das alles nicht möglich. Und deswegen mache ich seit einem Jahr Radio. Beim Raketenradio geht es darum, einen Abend in einer Kneipe zu erleben. So einen Abend, den wir jetzt im Moment alle entbehren, unseren Gästen zu vermitteln, wir wollen weitermachen. Im Studio sind Aliki Schäfer und ich, wir sind die ModeratorInnen und dann ist noch die Band Brother da, das sind zwei Leute. Es gibt Musik, es gibt Gespräche und das Ganze ist ein Unterhaltungsformat. Ich kann nur sagen, dass es in Stuttgart ausreichend Leute gibt, die an Kultur abseits des Mainstreams interessiert sind. Und das ist eigentlich so die Sache, die uns da weitermachen lässt und hoffen lässt, dass es irgendwann mal wieder besser wird. Ich kann nur sagen, dass es in Stuttgart ist.